Es hätte ein romantischer Ausflug werden sollen. Doch dann fing sie an zu nörgeln. Das tat sie immer. Er lebte sie, aber diesen quengelnden Tonfall, der sich dicht am Heulen entlang hangelte, konnte er nicht ertragen. Was dachte sie sich dabei? Er hatte sich so viel Mühe gegeben, freigenommen, alles bis ins Detail geplant. Die malerische Burgruine, die sie ganz für sich allein haben würden, weiche Decken, Sandwiches und ihre Lieblingslimonade, alles hatte er dabei. Ihr zuliebe war er mit seinem Wagen bis tief in den Wald hineingefahren, damit sie nicht so weit laufen mussten. Er wusste schließlich, dass sie keine gute Läuferin war. Sogar die Sonne spielte mit. Es war ein wundervoller, ungewöhnlich warmer Herbstnachmittag. Alles war perfekt. Sie hätten sich nah sein können, ohne gestört zu werden. Alles wäre möglich gewesen. Er hätte sanft und behutsam sein können. Oder sie hätten sich von ihrer Leidenschaft hinwegtragen lassen. Er wusste, wie leidenschaftlich sie sein konnte. Es war schließlich nicht das erste Mal, dass sie sich ihm hingab. Sie war eine wundervolle Geliebte, so zart und sanft, dass sie ihn manchmal an einen kleinen Vogel erinnerte, den er beschützen musste. Dann wieder konnte sie aufbrausend sein und störrisch. Sie schlug sogar nach ihm, wenn ihr Temperament mit ihr durchging. Sie war kein unkomplizierter Charakter, aber auch dafür liebte er sie. Und zweifellos liebte sie ihn. Nur wenn sie jammerte und rumheulte, verabscheute er sie. Sie wusste genau, dass sie ihn damit zur Weißglut trieb. Warum nur tat sie es dann ständig? Vielleicht wollte sie ja, dass er sie schlug. Es gab solche Frauen. Sie trieben die Männer, die sie liebten, dazu ihnen wehzutun. Immer und immer wieder. Diese Frauen machten ihre Männer mit voller Absicht wütend. Sie hatte ihn mit voller Absicht wütend gemacht. Hatte einfach nicht aufgehört, obwohl er sie gebeten hatte, still zu sein. Er hatte gefleht und gebettelt. In seiner Verzweiflung hatte er ebenfalls geweint. Und er schämte sich seiner Tränen nicht. Am Ende dieses gemeinsamen Ausbruchs hatten sie sich geliebt. Auf diese wütende Art, die keinen Raum für Zärtlichkeit ließ. Die dazu diente, etwas freizusetzen. Etwas, das normalerweise tief in seinem Innern eingesperrt war. Aber im Taumel der Leidenschaft Ketten sprengte und Zellentüren aufbrach. Etwas, das mit Macht nach Frieden suchte und ihn nur in den duldsamen Armen der Geliebten finden konnte. Nun war er ganz ruhig. Nichts konnte ihn mehr aus dem Gleichgewicht bringen. Er war mit sich und der Welt im Reinen. Er wusste, dass dieses Gefühl nicht lange anhalten würde. Aber hier und jetzt genoss er es. Er schaute auf sie herunter. Ganz ruhig lag sie neben ihm. Erschöpft von seinem hemmungslosen Begehren und der eigenen wilden Antwort darauf. Er würde sie noch ein wenig schlafen lassen. Er beugte sich zu ihr herab und strich ihr sanft über die weichen, blonden Locken. Schließlich wickelte er sie fest in die große rote Decke. Sie sollte sich nicht erkälten. Seufzend begann er, die Sachen in den Picknickkorb zu räumen, die während ihrer wilden Jagd herumgefallen waren und nun überall verstreut lagen. Sie war tatsächlich vor ihm weggelaufen, seine wilde, kleine Meerjungfrau. Er lächelte versonnen. Als alles zum Aufbruch bereit war, nahm er sie behutsam in die Arme und trug sie auf den kleinen Balkon, der an einer Seite der Ruine in den Wald hineinragte. Vorsichtig legte er sie auf einen Mauervorsprung ab, der groß genug war, dass sie sich im Schlaf umdrehen konnte. Hier konnte sie ruhen. Es versetzte ihm einen Stich, sie zurückzulassen, doch er wusste, dass es nicht anders ging. Sie konnten nicht so weitermachen. Es war vorbei. Sie würden sich hier und jetzt trennen, auch wenn es schmerzhaft war. Sanft beugte er sich zu ihr hinunter, atmete ihren scharfen Geruch ein und streichelte die zarte Haut ihrer Wangen. Dabei bemühte er sich, die blauen Male an ihrem Hals nicht zur Kenntnis zu nehmen. Das war sie selbst schuld, und das wusste sie auch. Noch einmal schaute er ihr in die schönen hellblauen Augen mit dem dunklen Kranz, die ihn ohne jede Regung anzustarren schienen. Wie sehr er diese Augen liebte. Dann wickelte er das lose Ende der Decke fest um ihren Kopf, drehte sich um und verließ die Ruine durch den Eingang, der dem Balkonausgang genau gegenüber lag. Er drehte sich nicht um. Das hatte keinen Sinn. Aber als er an seinem Wagen ankam, war der Kragen seines Hemdes von Tränen durchnässt. Kapitel 1 Als die Türglocke ging, zuckte Sina Lehmann zusammen. Unwillkürlich glitt ihr Blick zur Uhr am unteren Rand des Fernsehbildschirms. Fünf nach acht. Um diese Zeit bekam sie normalerweise keinen Besuch mehr. Misstrauisch blickte sie zum dunklen Flur hinüber, machte aber keine Anstalten aufzustehen. Der Nachrichtensprecher verkundete gerade, dass es im Fall der kleinen Valerie keine neuen Erkenntnisse gebe. Das Kind blieb verschwunden. Ein Foto der Vierjährigen war links über der Schulter des Sprechers eingeblendet. Sinas Blick glitt über das hübsche Kleinmädchengesicht und die langen blonden Locken, die es einrahmten. Beinahe konnte sie spüren, wie weich das Haar sich unter den zärtlichen Händen einer glücklichen Mutter anfühlen musste. Nur, dass Valeries Mutter derzeit alles andere als glücklich war. Ihr kleines Mädchen war seit mehr als zwei Wochen verschwunden. Zu lange, wie Sina wusste. Schließlich hatte sie einige Jahre für die Koblenzer Kripo gearbeitet und kannte die Regeln. Je länger ein Kind vermisst wurde, umso unwahrscheinlicher war es, dass man es lebend fand. Nach 48 Stunden waren die Chancen statistisch betrachtet bereits gegen Null gesunken. Andererseits wusste niemand so gut wie sie selbst, dass es auch ganz anders laufen konnte. Es klingelte erneut, ungeduldig diesmal. Wer immer dort draußen stand, wusste, dass sie zu Hause war und wollte unbedingt herein. Sina zögerte. Asher, die bislang seelenruhig auf ihrem Kissen geschlafen hatte, spitzte die Ohren, öffnete ein Auge und schaute ihrer Herrin fragend an. Ein leises Grollen kam aus ihrer Kehle. Die Hündin würde gleich aufspringen und ein Heidenspektakel veranstalten. Das ließ sich nur vermeiden, indem sie selbst die Initiative ergriff und damit ihrer Rolle als Rudelführerin gerecht wurde. Ist alles in Ordnung, Sina? Soll ich zur Tür gehen? Alex hatte sie schon eine ganze Weile beobachtet. Jetzt erhob er sich und schlüpfte in seine Schuhe, die er ausgezogen hatte, als er es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht hatte. Sina schüttelte den Kopf und lächelte ihn freudlos an, während sie sich aus ihrem ledernen Ohrensessel schälte. Nein, ist schon gut, ich habe nur einfach keine Lust auf Besuch. Aber wer immer vor der Tür steht, wird wohl nicht einfach wieder gehen. Wie zur Bestätigung klingelte es erneut. Asher sprang auf und postierte sich bedrohlich knurrend im dunklen Flur, wo sie die Eingangstür fest ins Visier nahm. Sina schlüpfte in ihre Birkenstocks, zog sich das T-Shirt glatt und zwängte sich an Asher vorbei. Ist schon gut, Liebes, geh wieder auf deine Decke. Ich kümmere mich darum. Sofort zog die kniehohe weiße Hündin sich zurück und überließ Sina das Feld. Allerdings würde sie wachsam bleiben. Genau wie Alex. Im Notfall wären sie beide innerhalb von Sekunden an ihrer Seite. Dieses Wissen gab Sina ein gutes Gefühl. Das Licht ließ sie ausgeschaltet. Sie wollte ihrem ungebetenen Besucher keinen unnötigen Vorteil verschaffen. Trotzdem brauchte sie eine Weile, um den gepflegten älteren Herrn einzuordnen, der so unnachgiebig Einlass gefordert hatte und nun ungeduldig vor ihre Tür wartete. Es war dieser Unmut, der sie schließlich auf die richtige Fährte brachte. Gerald Baumgarten, erfolgreichster Unternehmer im Großraum Koblenz, war es nicht gewohnt, dass man ihn warten ließ. Sein Begrüßungslächeln fiel entsprechend gezwungen aus. Sabrina, meine Liebe, ich war gerade in der Nähe und dachte mir, ich schau mal nach, wie es dir geht. Ohne, dass sie ihn dazu aufgefordert hätte, betrat der Unternehmer den Flur und küßte sie erst rechts und dann links auf die Wange. Auch dazu hatte sie ihn nicht ermuntert. Kaum hatte er sie wieder freigegeben, steuerte Baumgarten ihr Wohnzimmer an, wo die noch immer vor sich hin knurrende Asche seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Wie ich sehe, wirst du gut beschützt. Seine Abneigung gegen die Hündin konnte er kaum verbergen. Wie ich sehe,